Yo! Herzlich Willkommen zum nächsten Let's Play. Ähm, ich weiß nicht was das für eins ist. Es ist auf jeden Fall Mando. Und, nein, 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 nein. Und ich werde jetzt, nein, 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 nein. Ich werde jetzt, aua, versuchen, ein bisschen zu neifen. Ja. Betonung liegt auf Versuchen. Ja. Genau, wie ihr hört, sind die Berkshire Brothers auch dabei. Und zwar beide. Mal ausnahmsweise. Nein. Nach langer Zeit, Martin hat... Ich hab mal geguckt, im Januar das letzte Game. Wuh, wuh, nice. Nein, ich geh schon. Ja, Leute. Nice. Max wollte es noch einmal machen, bevor sein Account dann weg ist. Genau, es ist zu dem Zeitpunkt, wenn ich... Oh! Trip Trip Kill! Ist das geil. Ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn das Video hochkommen wird, werde ich die Account schon verkauft haben. Deswegen... Aber halt... Oh, Mist, jetzt dachte ich... Das ist ja... Yes, I'm a Tonic Noob. Oh, da schreibt mal einer eiskalt in den Chat rein. Das ist ja cool. Aber noch habe ich sie nicht verkauft, in diesem Augenblick. Und deswegen... Spiele ich jetzt mal Ende und knifing. Airbone is hold mit meiner coolen Sniper. Ich bin einfach so awesome. Ich würde sagen, der hat mich bemerkt. Oh. Der ist hochgekommen. Das ist... Das habe ich jetzt nicht gecheckt. Egal. Boom! Ist ein Tank getötet beim Sniper. Ja, das ist behindert. Renke ist auf einem komplett anderen Server und Martin auch. Ja. Das ist doch nicht behindert. Ja, ein bisschen. Nein. Doch. Nein. Warte, warte! Nein. Wir hätten drei verschiedene Let's Plays gleichzeitig aufnehmen sollen. Ja. Das wäre behindert gewesen. Live in Action! 64 mit einem Schlag! Oh ja! Das geht auch ab. Gut, jetzt brauche ich mein Unsichtbarkeitszeug wieder. Dann kommt das nächste Opfer. So. Oh, da kommt er schon. Oh, put 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 put. Wo ist er hin? Ja, was leckt denn das denn jetzt so hier in Game, ey? Oh, put 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 put. Das ist er, das ist er. Und Mike in Action! Die neuer Dings eine Animation für Tonics. Ja. Oh. Ich habe gerade das erste Mal... Neuer Dings, das ist schon seit Jahrzehnten draußen, aber du warst ja lange nicht online, deswegen. Ja, warum? Leute. Ich bin ein Knife-Fargot. Ey, das ist richtig geil, wenn man sich hinten anschlecht, man macht 60 für jeden Stich in das Herzen des Anderen. Da ist das nächste Opfer. Oh mein Gott. Viele Dings fahren denn hier rum, ey. Oh, da sind wahrscheinlich noch andere, die mich jetzt... Das ist ja nicht mehr schön. Da konnte ich noch ein Spiel... ne, ein Dings-Ei da. Easter Egg legen. Oh, wie ich ihm gegeben habe. Er klettert so die Church hoch, ich schieße mich hoch und gebe ihm einfach. Oh. 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 Und die ganze... Aua. Die ganze Zeit... ...laufen Leute bei mir in die Sachen, das finde ich richtig cool. Oh, da... Oh! Da rennt er durch meinen Knife durch, ist tot! Unkoll! Das war ein easy-game. 39-0. Hier oben legen wir auch mal Traps. Das nervt voll, dass wenn man drei Flaggen hat, dass dann doppelt so viele... Punkte da unten gehen. Einfach nur Strategie. Ja, aber das ist doof, weil da nur halb so viele Kills angeht. Airbone! Ja und? Dann muss eben das Flaggenfeld jetzt aufrechterhalten bleiben. Ja, wie denn, wenn wir die komplett weg rocken? Ja. Ja, genau. Ich nehme schon grundsätzlich keine Flaggen mehr ein, weil... Ich einfach will, dass das Game länger geht. Timothy! Ich habe keine Angst, vielleicht schluck hier die ganze Zeit Tonics. Ich habe den Account eh nicht mehr lange. Und... Ja. Oh, mein nächstes Knife in Opfer! Wuuuuh! So macht man nur Spielen von. Tonic Usen, Knifen... Was will man mehr? Ja, Mann. Die ganze Zeit hier... Easter Eggs und Dings-Terps legen. Hier ist ein General C drin. Und der ist Level 28? Nein. Der ist Level 30, komischerweise. Ja, ist aber wahrscheinlich kein richtiger General C. Weil... Weil es einen Rank-Bug schon vor langer Zeit gab, womit man einfach mit jedem Schuss, den man gemacht hat, einen Rank aufgestiegen ist. Und somit kein richtiger General C mehr ist. So Leute, die werde ich jetzt knifen. Wuuuuh! Es ist nicht hundertprozentig klar, dass es kein richtiger ist, aber... Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, weil das sehr viele Leute gemacht haben. Wuuuuh! Wuuuh! 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 Alter Leute... Irgendwie macht das richtig Spaß zum iPhone gerade. Der Account wird doch nicht verkauft. Ja, ich überleg's mir nochmal. Nein, Spaß. So. Ich brauch wieder ein Opfer. Martin? Ja? Sag mal bitte, morgen gibt es in Lidl drei... Nein! ...weiße T-Shirts. Achso, Entschuldigung. Okay, das, was ihr gesagt habt, ist Renkes Mutter. Ja. Müsste... 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 Müsste jetzt eigentlich... Das, was ihr hört. Wollte ich nicht sagen? Hm? Was soll ich Ihnen sagen? Ja, weil wir... ...unterhalten haben und er ein weißes, schlichtes T-Shirt hat. Und ich hab jetzt gerade gesehen, dass es das in Lidl sieht. Dann kann er doch morgen mal gucken. Er wollte die haben. Renke könnte sich auch muten, aber er möchte wohl, dass das öffentlich wird. Also, Martin, hast du's gehört? Renke, drei weiße T-Shirts. Weißt du Bescheid, ne? Hast du's gehört? Was? Es ging um dich. Achso, um mich? Ja. What? Es ging um dich, weil du doch irgendein weißes T-Shirt brauchst oder sowas. Hä? Was weiß ich? Ja, ich weiß auch nicht. Also, ich kaufe auf jeden Fall keine T-Shirts bei Lidl. Ja. Das kaufe ich auch nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, wie deine Mutter darauf kommt, aber... Ich hab keine Ahnung. Ja. Ja, okay. Da ist das nächste Opfer. Ich hab's ihm gesagt. Tschin, tschin, tschin. So. Hahaha. Leute, ist das geil. Wuh! Bleib doch stehen, mein Freund. Nein! Nein! Ich Idiot! Ich hab vergessen nachzuladen. Ich fang so'n Fight mit sieben Schuss an. Yay! Mann, oh Mann! Alter, das ist warm, ey! Mh. Ist doch. Oh mein Gott, das ist mein nächster Opfer. Der ist abkar, der wird jetzt umgelegt. Oh, two shot. Easy. Und jetzt Wolli. Muss noch Double Knife spielen, Max. Ja, genau. Nein! Oh Gott, ich hab drei Füllen. What the fuck? Epic Leck. Ja. Hat bei mir auch grad ein Wies geleckt. Hehehe. Ich müsste zwar schon tot erziehen, Leute. Ich weiß gar nicht, wo hier die normale Action abgeht. Ich kämpfe irgendwie grundsätzlich gegen drei Leute. Wuuu! Alter Leute, das habe ich richtig Fang gemacht gerade. Ich hab... Boah. Okay. Das war einfach mal... Ich weiß es nicht. National Mando, Knife und Tooltrip und Pistil. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Ach, ich warte noch auf die Scheiße. Jetzt... Ich glaube, ich mach jetzt gleich noch eine Runde, die ich auch aufnehme. Aber erst... Er ist jetzt... Puiui. Früher ist ein Ring und ich immer zusammen. Wir waren nur Knife hingegangen. So. 17 Käse, Leute. Das ist doch... Das ist doch was. Ich hoffe, es hat euch gefallen, Leute. Zitzen bis zum nächsten Mal. Ciao!